hallo und herzlich willkommen hier ist euer stömmi ja ich habe etwas vor was ich ja angekündigt habe und zwar den umbau von meinem streaming und aufnahmeplatz im moment ist er noch hier zeige euch gleich richtig ein augenblick so sieht der moment aus hier in der ecke ist ziemlich klein hier seht ihr es hier bayern vorhänge wird ein bayern schal ja ich habe drei monitore ja tastatur hier steht meine playstation als ihr die unordnung müsst ihr mir verzeihen so hier unten steht mein pc so hier ist meine halterung für die unboxings wo ich mache da kommt die kamera dran wo ich jetzt in der hand habe so und hier der stuhl da kommt noch was da müsst ihr noch ein bisschen warten weil ich habe mir was angeschafft wo schon lange vor hatte und wo kommt der streamingraum jetzt hin und zwar zeige ich euch das jetzt so dann gehen wir ins andere zimmer hier und zwar in mein schlafzimmer hier ist ein bisschen der ton so hell da muss ich mir noch was ausdenken vielleicht hole ich mal so matten hier so ja gut die tapete ja die ist noch hier ist ein bud spencer poster und hier ist die allianz arena hier rechts hier steht noch mein bett das baue ich gleich ab und hier kommt er dann hin der streaming und aufnahme platz ich brauche eigentlich nur ein einzelbett und das kommt dann hierher wo das fernseher steht ja und hier möchte euch noch jemand begrüßen sag mal hallo sag mal hallo ja im nächsten schnipsel ist dann das bett weg und bis gleich so nächster schnipsel und ja ich zeige euch jetzt mal wie weit ich gekommen bin und zwar halte es jetzt noch mehr hier weil das bett ist weg hier seht ihr seht es hier kommt jetzt der streamingplatz hin poster habe ich auch schon abgehangen das bad spencer hier kommt mein green screen an die wand hier ist noch mein drucker der kann ruhig hier stehen bleiben so hier steht noch mein fernseher und das hier der stuhl von meiner katze die liegt da immer nachts und schläft so ja und jetzt muss ich natürlich das hier jetzt hört ihr es wieder dunkel das muss jetzt alles hier rüber ins zimmer so ja das ist noch ein bisschen arbeit aber ich packe das schon ja und wir sehen uns im nächsten schnipsel bis zu